Und ein Traverschol und ein Lackvonai! Jetzt sieh ich's erst, es ist der Flirt zu Großer Blau! Lieber Tommy, wo ist der Thomas Wiedmann? Er war ja die letzten Jahre immer hier in der Jury. Das hätte ihn natürlich ganz besonders gefreut. Aber auch die Befürworter der Rietbahn 2012 wird das freuen. Jawohl, direkt vom Zug in den Lift auf den Kronplatz und noch in die Locke. Und jetzt kommen die Vora! Jetzt kommen die Vora! Großer Applaus! Die sogenannten Riet Brothers! Die Riet Brothers! Und zwar unter der Leitung vom Ralf Urthaler von Urring haben sie auch wieder geschafft hier die Locke zu perforieren!